...für das Feuer, ne? Ich denke, sie werden jetzt stoppen. Ja, jetzt einen Moment. Okay, wir sollten sie überlaufen. Okay, let's go. Endlich! Alles raus! Just in time. Did I really need all these buttons? Let's get into this uniform fast. I'll wear one and you wear the other. Because you speak German. Ah, here come the others. I sure hope this guy kept a tight asshole when he died. Here, take this. It might come in handy. And now the Partisans and our troubles will be over. Yeah. You feel all right, Daddy? Yeah, I was so frightened it stopped everything. Oh, finally free. A roadblock! Hey, everybody, on the alert. There is a roadblock ahead. Wohin fahren Sie denn? Wissen Sie nicht, dass es hier Partisanen gibt? Geben Sie mir Ihre Papiere. Ausweis, schnell! Wir müssen drei Männer in Krankenhaus bringen, Herr Leutnant. Krankenhaus? Ja, doch. Ja, doch. Krankenhaus. Halt! Gehenbleiben! Oh! 's. Oh! 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 I'll pull him there. I'm coming! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's!